Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das nennst du kämpfen? Schön, dich zu sehen. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Gute Arbeit. Sieht aus, als wäre deine Arbeit hier in Rattei getan. Da es wohl keine weiteren Lager gibt, kehrt vielleicht endlich Frieden ein. Gut gemacht. Hab Dank, Hauptmann. Aber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich habe Hauptmann Robert von dir berichtet. Er erwartet dich in Thallenberg. Kumanen treiben dort ihr Unwesen. Verstanden, Hauptmann. Ich mache mich auf den Weg. So gefällt mir das. Hauptmann Bernhard schickt mich. Er sagt, Kumanen treiben hier ihr Unwesen. Ah, von dir hat Bernhard also gesprochen. Tja, die Kumanen plündern hier in der Tat. Herr Divish hat ein beachtliches Kopfgeld auf die Bastarde ausgesetzt. Aber bis jetzt konnten wir... Haben die Leute hier vielleicht zu viel Angst? Nein, die wollen das Geld. Nur hat's noch keiner zurückgeschafft. Aber lass dich davon nicht einschüchtern. Die Bastarde haben bei der Straße Richtung Neuhof ein Lager. Versteckt zwischen den Felswänden. Du bekommst deine Belohnung, wenn du den Anführer erledigst. Bring mir seinen Helm als Beweis. Du erkennst... Aha. Ich kümmere mich darum. Kannst du mir zeigen... Selbstverständlich. Ich möchte über die Grund... Gut. Aber nur gegen Silber. Ist das nicht etwas viel? Wie wär's damit? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Wie wär's damit? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Einverstanden. Hör gut zu. Bis zum nächsten Mal. Nichtsak! Nichtsak! Ich bin, ich bin! Mensch, bitte bitte! Was ist hier? Du hast mich nicht auf der Handel geklappt. Los, Lichen, da bin ich! Oh! Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Gute Arbeit. Sehr gut. Es gibt Berichte, wonach Leute am Bach von Thallenberg Richtung Uchschütze überfallen wurden. Könnte sich lohnen, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich verstehe. Ich habe Trophäen. Zeig her. So viele. Junge, du wütest, als wärst du Gottesvollstrecker. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung.br Vielen Dank.